In deinen Träumen Hallo Leute, ich habe lange gezögert diese Geschichte zu erzählen, die mich bis an mein Lebensende verfolgen wird. Bevor ich anfange möchte ich darauf hinweisen, dass ich Namen ändern werde, um eine größtmögliche Anonymität zu gewährleisten. Etwas Hintergrund, ich boxe seit etwa 10 Jahren und trainiere jeden Mittwoch und Freitagabend, Boxen und dienstags, Mittwochs und Freitags MMA. Mein Name ist Adam, meine Geschichte, die ich erzählen werde, hat mir schrecklich verfolgt, aber heute ist es Gott sei Dank besser. Es war ein Winterabend im November 2014. Ich hatte gerade mein Boxtraining gegen Halb 9 beendet. Zu dieser Herbstzeit war es stockdunkel. Nach dem Training ging ich in die Umkleidekabine, um zu duschen. Da meine Kollegen zu Hause duschen, war ich mit einem mir unbekannten Typen im Dojo, der gerade mit den Boxen angefangen hatte. Das ist nichts Ungewöhnliches, ich weiß, aber auf den ersten Blick war dieser Typ wirklich seltsam. Die einzigen Male, die ich mit ihm sprach, war er sehr kalt, sehr seltsam, weil er die ganze Zeit Selbstgespräche führte und sich vor dem Sparring den Kopf hielt. Zuerst dachte ich, er wolle sich vor dem Kampf konzentrieren, aber im Laufe der Tage rezitierte er Worte in einer Sprache, die ich nicht kannte. Kurzum, ich habe ihm nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil er nicht mein Kumpel war und ich mir nicht vorstellen konnte, weiter mit ihm zu reden. Ich hatte gerade geduscht und wollte mich umziehen, als dieser Typ hereinkam. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich hatte Angst, mit ihm allein zu sein. Ich zog mich um, packte meine Sachen und verließ die Umkleidekabine in Richtung Ausgangstür. Auf diesem kurzen Weg fühlte ich mich immer noch wie ein Idiot, denn nichts war passiert. Ich verließ das Dojo und ging auf die Straße. Damals hatte ich weder eine Busfahrkarte noch einen Führerschein, sodass der einzige Weg nach Hause der Fußweg war. Ich schwöre, es war so dunkel, dass es fast unmöglich war, etwas zu sehen. Aber da ich den Weg regelmäßig ging, kannte ich ihn und konnte mit geschlossenen Augen laufen. Ich setzte meine Kopfhörer auf, hörte meine Lieblingsmusik und ging los. Alles in allem brauchte ich etwa 10 Minuten. Ich hatte gerade angefangen zu laufen, als ich ein Geräusch hinter mir hörte, aber ich achtete nicht weiter darauf. Ich ging weiter und war nur noch 5 Minuten von zu Hause entfernt. Ich ging weiter, aber das Geräusch hinter mir wurde immer lauter, als würde jemand schnell gehen oder joggen. Ich nahm meine Kopfhörer ab und hörte tatsächlich ein Geräusch. Ich beschloss mich umzudrehen, aber wie gesagt, ich konnte nichts sehen, absolut gar nichts. Meine Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit und mein Herz begann schneller zu schlagen, als ich den Mann aus dem Dojo in meine Richtung rennen sah. Ich wusste nicht, was los war, aber die Angst stieg in mir hoch. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich wollte, aber mein Körper konnte nicht. Ich sah, wie der Mann immer näher kam. Und dann bekam ich den Adrenalinstoß, der mich rennen ließ. Ich war ein Boxer, aber ich war wirklich nicht sehr gut in Cardio. Ich rannte mit aller Kraft, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht weiterkam. Ich war nur 3 Minuten von zu Hause entfernt, als ich erschöpft war und mich lieber dem stellte, was kommen würde, als weiterzulaufen. Der Typ kam angerannt und ich machte mich instinktiv bereit. Der Typ kam und fing sofort an mich zu beschimpfen, mich anzuschreien in einer Sprache, die ich nicht verstand. Dieselbe, mit der er allein sprach, mit den Händen am Kopf, wie ich euch schon sagte. Und dann zog er ein Messer. Ein Riesenmesser, wie das von Rambo, das er, glaube ich, in seinem Mantel versteckt hatte. Ich war wie gelähmt. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Mein Körper zitterte. Ich konnte nicht sprechen. Mein Blick war nur auf ihn gerichtet. Ich konnte nichts tun, außer ihn anzustarren, weil mein Körper mir nicht helfen wollte. Dieses Gefühl der Hilfslosigkeit verfolgt mich bis heute. Normalerweise würde man denken, nach 10 Jahren Kampfsport kann man sich einigermaßen verteidigen. Aber in einer solchen Situation bist du entweder im Kampf- oder Fluchtmodus. Oder aber du bist voller Panik und steif wie ein Ast. Er sprach, während er sein Messer zog. Ein Wort nach dem anderen auf Französisch, aber in dem Moment, als ich verstand, was er sagte, machte ich mir in die Hose. Die Worte heilen noch immer in meinem Kopf nach. Es ist vorbei. Du wirst endlich auf, um mein Leben zu ruinieren. Sein Leben ruinieren? Was sagt dieser kranke Typ da? Ich kannte ihn doch gar nicht. Ich habe nie wirklich mit ihm gesprochen. Er fügte hinzu. Du warst nur in meinen Träumen, aber du hast es geschafft, in meine Welt zu kommen und ich habe genug davon. Ich werde dich abstechen und dann werde ich endlich frei sein. Ich fing an zu weinen wegen des Schocks, den ich gerade erlebt hatte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Von Anfang an konnte ich mich nicht mehr bewegen. Mit dem Messer in der Hand kam er auf mich zu. Als er versuchte, auf mich einzustechen, kam das Adrenalin wie am Anfang zurück. Ich schaffte es, mich von ihm wegzustoßen und zu fliehen. Ich rannte mit aller Kraft und Gott sei Dank, ich kam zu Hause an. Mein Vater, der seit 30 Minuten nichts mehr von mir gehört hatte, wartete auf der Straße auf mich, als er den Mann mit dem Messer in der Hand hinter mir herlaufen sah. Er konnte gerade noch meiner Mutter, die im Haus war, zurufen, die solle die Tür öffnen und wir kamen sicher ins Haus, konnten aber nicht mehr abschließen. Was ich hörte, als ich das Haus betrat, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Kerl, der mich verfolgte, schrie sich gerade die Seele aus dem Leib. Er war wirklich hinter mir her. Ich bin wahrlich kein Held, denn als ich nach Hause kam, brach ich weinend in den Armen meines Vaters zusammen. Ich konnte ihm nur mit großer Mühe erzählen, was passiert war. Er rief sofort die Polizei an, die sehr schnell zu mir nach Hause kam und mich nach allen möglichen Informationen fragte. Sie suchten eine Stunde lang in meiner Straße nach dem Mann, ohne etwas Besonderes zu finden. Zwei Wochen später rief mich die Polizei an und teilte mir mit, dass sie den Mann aufgrund der Beschreibung, die ich ihm gegeben hatte, finden konnten. Er sei wegen versuchten Mordes an mehreren Personen gesucht worden. Abschließend will ich noch eine wirklich wichtige Sache sagen. Egal wie lange du schon Kampfsport machst oder denkst, du bist gut darin, dich zu verteidigen. In dem Moment, in dem jemand ein Messer zieht, solltest du immer weglaufen. Diese ganzen Videos im Internet, wo Leute Angreifer mit Messer entwaffnen, sind alle Fake und Bluff. Im besten Fall kriegst du einfach nur eine Stichwunde. Im schlimmsten Fall wirst du abgestochen und verblutest mitten auf der Straße. An den kranken Mann, der mich wegen seinen Träumen gejagt hat, lass uns nie wieder treffen. Ioan Egal Egal Vielen Dank.